Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Note Edition. Wir haben im letzten Part hier uns komplett durchgeballert und die wunderschöne Arena und ich mag die Arena wirklich sehr, weil die ist echt 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 verdammt cool, meine Lieblings-Arena, wie schon gesagt, und nun heilen wir unser Pokémon, unsere Pokémon Yamaha, Highland, okay, dumm, 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 Dingerling. Bevor wir überhaupt irgendwie weiterkommen, müssen wir jetzt hier die Team Rocket ausrotten. Das ist ja logisch, ne, das wisst ihr doch, Welt 29, komplett aufgeholt, schaut euch den Schmal an. Ja, holyboros. Oh, ich möchte Makey wieder mitnehmen, wir brauchen jetzt einen Zerschneider mehr. Deswegen sage ich jetzt Adios, Bevor und Willkommen zurück, lieber Makeyman. Lieber Makeyman, natürlich. So spricht jeder Mensch mit seinem Pokémon Makeyman und Texte und Hansmann und... Ich hoffe, der Sound übrigens ist jetzt anders, er ist ein bisschen direkter, lauter und mehr auf die Stimme anstatt auf den Ingen-Sound. Ich hoffe, das passt alles bei euch. Wenn nicht, äh... Blämt nicht mich. Blämt jeden anderen, aber nicht mich. Ich muss halt irgendwann das, der, der, der perfekte Zwischendig finden. Ähm, das perfekte Zwischendig zwischen... Äh, äh und oh. Ja, lache mich ruhig aus, ich bin leid. Jetzt ist Schluss damit, ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Gib einem Kind einen Minzkorb. Gib einem Kind was zum Zocken. Yeah, okay. Ich möchte Manky nicht vorne, also Manky ist jetzt da hinten, aber... Hm, eigentlich... Äh. Aquana hat auch... Uh, warte, 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 warte. Ich kann Aquana Donnerwasser-Attacke beibringen. Denn ich habe doch... Luppstrahl von Misty gekommen. Awesome. Wie das Spiel zittert einfach. Ich finde es richtig lustig. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so zu sehen. Wobei ich in den Aufnahmen, ähm... Kein sich gut mitbekommen habe, dass teilweise sogar... Der Sound etwas abgefuckt ist, der normalerweise in der... Generationen für einen Normal klingt, aber in der Aufnahme klingt ja halt komplett... Oh ja, gut, würde ich richtig komisch. Teilweise, äh, muss ich sagen, äh, tut mir leid. Aber es lässt sich halt wirklich nicht ändern. Denn, äh, das Leben ist doof. Und so. Ähm, die Blätter weg. Steinhalme will ich mir gerade eigentlich noch dabei behalten. Und alles dann auch. Ähm, dann machen wir das so. Du... Na ja, ist das alles normal? Oh Gott. Ich hab' ja Ar completed. Nee, die glänze auch so. Es ist so gut. Das war dann ein Blutschroll. Warte mal, wenn ich das hier vorher gefunden hatte. Hier beim TM1 und TM19. Man sieht ja nicht, dass man mitten im TM19 ist da gewesen sein, richtig? Die TM19 ist Geowulf, oder? Fuck this shit! I don't know anymore! Was war's denn? Nicht Blutschroll, ich hab zu schnell geklingelt. Okay, wir kriegen noch eine Blutschroll raus. Ich krieg das hin. 145, 11. 11 ist es. Yes. Ablegen mit 19. So, jetzt haben wir es. 11 war der Blubberstrahl. Mensch, bin ich eine Nase. Tut mir leid. I'm so sorry. Yes, Blutschroll. Yup. Aquala der Blutschroll. Okay, ich hoffe es zittert mich so rum. Das wäre ziemlich dumm. Und wir gehen jetzt Paratypen verprügeln. Manky wird nebenbei mitgelevelt. Ich muss jetzt mal schauen, welches Level die haben. Dann kann ich Manky einsetzen und... 10 Münzen gefunden. Und wieder 10 Münzen gefunden. Und man kann auch mit den Dudes reden. Die schenken dann auch was. 10 Münzen gefunden. und dann... Irgendwie war noch mal ein Checkpot. Warte mal. Den wir haben. Ein Übercheckpot. Nein! Moment mal, ich muss noch einmal ein Check Pot. Wir machen noch mal einen Checkpot. 20 Münzen. Wünschen ein bisschen mehr. Okay, 10 Münzen. Ich hab kapiert, Spiel. 10, oh, wo ist denn der jetzt? Gab's den nicht? Gott, die gab's doch irgendwo. Ich hab ja später dazu. 20 Münzen? Na gut. Der wird schon irgendwo sein, die Fände können. Alter, man kann mit den Leuten auch noch gehen, die schenken auch ein paar oder sowas. Was relativ cool ist, irgendwo. Was hat er nicht gegeben? Oh, hier ist er. Hey, da hab ich vorhin hingeklickt. 100 Münzen, bitte schön, danke. Hä, ich hab doch vorhin, bin ich hier langgegangen und hab draufgeklickt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Poste oder wo ich nicht wusste. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl das bergsbreit, was ist das schwarze, sind es die Ohren, das will ich vorher so hören das Leben, Alter, da kann man so viele Leben, es gibt 400 Leben am Ende, was also ungefähr, wank den Zubat mal einen, und da wank den Zubat mal einen, Karateklag auch aber ich mach baldwürdig, es wäre schön, wenn das besser funktionieren würde das erste Mal verbreitest du zwei Satz, und? das sieht ein bisschen merkwürdig aus von hinten ja, so gut, umsonst das sollte reichen ja, wie gesagt, sollte reichen so was, so reicht mir nicht oh mein Gott, Mist ich muss den Boss sagen, was unser Versteck entdeckt werden könnte weil du trottelig die Fresse hältst die Musik ist catchy ich geh darauf voll ab wir gehen einen Schritt näher an das Poster ran drücken ganz gekonnt den A-Knopf, oh Mann, das ist doch seltsam hinter dem Poster ist ein Schalter mal sehen was er so aktiviert hier eine Tür, oh yeah und schade die Musik vorbei oh cool coole Musik in Kamen einfach mal Ich hab genug Geld, ich kann einfach meine Superträger rausschmeißen, wie sonst was. Lass mich, ich mach das gerne. Ich bin komplett in einem Wahn mit dieser einen Musikkarte, die macht mich komplett. Fertig. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt runter gehen, plötzlich mein Daumen beisen. Oder bleib. Wie kommst du hier, Kleiner? Oh, ich hab mich reingelassen, Freidemore. Okay, ich möchte kämpfen. Okay, soll es normal sein, okay. Level 21, okay. Du wirst zerstört, okay. Eigentlich wäre ich schon Aquana, wenn ich ganz klein essen, weil ich so über Pokémon... Ja gut, Aquana muss hinterher werden. Oh Gott, es wäre richtig schlecht ausgegangen, wenn ich so Angst hätte. Ich freue mich drauf, sobald ich die Surfer habe, ist Aquana eh nicht mehr, wie sie war. Dann ist sie vorbei. Diese epilepsischen Effekte. Level 16, weil kann mankies selber kämpfen. Yeah, yeah, yeah. Die Freude in meinem Herzen ist enorm. Oh Gott, ich kann mich noch mal auf 4 Level erreichen, dann habe ich ein bisschen Gloomrohr. Ein Über-Pokémon halt einfach, ne? Ein übertriebenes Bad-Aff-Pokémon. Und ich wurde nicht gekrittelt von einem Krater-Schlag. Was ein Wunder. Ich wurde gekrittelt von einem Krater-Schlag. Was kein Wunder ist. Scheiße! Ja, Amber. Ja. Da la 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 la. Nice! Distant geschlagen! Ein Musik, ich muss schon lernen, die Rauscia Musik ist geil. Geht ab... Oh, jaoto! Ich sollte nur nicht so viel dazu singen, denn das kann ganz hallo nerven, ich bin du. Halt die Fresse, Max. Oh, gut, ich halt die Fresse. Du hast Mut hier rein, ich bin Link. Ich habe Mut. Was hast du? Video-Cheer. Best Joke EU. Web. So schön und dann im Backspray so hässlich, das ist unten normal. Ich nehme Clue-Taxo. Los. Glut. Humm. Das letzte was ich gelandet habe war Razzarei! Why? Why a Razzarei? Razzarei? Why? 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 Also wenn das so weiter geht, du hast es mich kaputt mit dem... Das hat gerade neun Schaden gemacht, das hätte übel ausgehen können mit dem Fall, oder? Nein, das hätte gar nichts... Mann, ich lüge! Ist gesagt! Aber wenn ein Pokémon dreimal auf mich schlägt, dann könnte das auch schon bei Level 21kw. Aber eh gut... Ich glaube, ich muss passen, denn das Spiel ist geil! und nein, da kommen die Drehliratoren, ja, was das hilft, es ist sehr sichtbar Danke für die Info, habe dich nicht danach gefragt Oh yeah, die Hausstuhl, um zu weit ein ... Blutsauger? Sollte nicht viel Schaden? Sollte nicht viel Schaden Ha 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 Welcher hat das erste Pokot alleine besiegt? Nice Level 70 für Menkeemon Smogon? Let's go! Try it! 5 Pokémon hab ich gar nicht gesehen Oh boy Es ist viel zu defensiv, aber Ein Fall Treffer macht auch schon einigermaßen schon Geht daneben Geht daneben Geht daneben Geht daneben Mankey Choke wird richtig kaputt Oh und es ist vergiftet Oh nein Dirt, dirt, okay Schaden hab ich gerade bekommen 5 Ach! Ich hab grad nicht gesehen! Slimer Das ist sogar relativ gut kaputt schlagbar Außer mann schlammert Gab es damals schon einen Schlammert? Ich glaube es gab schon Schlammert Schlammert würde mir ja das so weh tun Du sau Au heut Mandatze macht doch kein Schade OhHAMMinden ich weiß nicht woher das offizielle das ist ein Zappel aber mein brain sagt, dass es gerade passt kein ernst, jetzt werde ich ihn irgendwie ich mache auch so schaden es ist gerade gut, dass man gerade einen Dreader getroffen hat mit dem er komplett alleine klarkommt BOOM ein Kanten kaputtschlag wow das ist so was schön ist für den restlichen Schaden den Balken reicht auch ein schlitz 18 nice und radikal natürlich hat er das radikal aber das mache ich raus kaputt go oh nein Katteschlag macht die Hälfte schaden Klaus oh Gott ich dachte gerade, okay klappt vielleicht besser aber blubstrahl blubstrahl oh 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 weg gibt's blubbern sehr schön du 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 stopp ich ergebe mich HALT STOPP jetzt quäle ich leute das ist wieder nächste Folge wird euch übertrieben schlecht ich werde nur das hier machen bis ich alle Items habe aber wir fahren jetzt schon an Muchstein und somit haben wir jetzt vier Stück ich habe alle vier alle vier alle vier alle vier alle alle vier alle vier oh je das IF nougat geiler schon bist du da du 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 hast du bend mir auch schlecht ist jedoch auch Nope, okay, schade. Natürlich, Jombova ist klar. Okay, vielleicht machen wir es auch jetzt noch fertig. So wie es erscheint. Hier hinten ist auch noch ein Item, oder? Boah. Aber es klingt nicht aus. Das ist ein Scheiß-Tes-Item. Soll ich bestimmte Sonderbomben oder sowas? Uninteressant ist. Hey, wir können noch weiter. Hallo! Oh! An den Tipp habe ich nicht mehr gedacht. Weiß wie ich überhaupt hier! Oh, nicht fach zu grübeln. Und da hast du gestücken, weil ich mega Bock auf Essen hab gerade. Du Drecksack! Was kommt's? Der schafft Melchie alleine! Faire Melchie gehielt! Aber ich vergesse doch nach dem Kampf, oder? Gerne mal. Oh, nice! Und schon ist der Kampf fair. Okay. Normal-Pokémon. Unglaublich gefährlich. Es ist so unnormal brutal wie... Normal-Pokémon sind in diesem Spiel. Weil die gehen ja auf alles verstärkende Steps. Auf alles, was sie einsetzen. Und dann ist doch nur so ein Hyper-Zahn-Tackle. Es hat einfach schon 14-Schadenspunkte. Normal-Tackle hat nicht nur ein Fall drauf. Nur ein Tackle! Ich denke halt teilweise so... Nur ein Tackle mit 14-Schadenspunkte? Nein! 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 Ich denke, hier hat ein Tackle noch keine 50% Stärke. Also 75 mit Step. Es hat noch 35 hier. Oder 30 sogar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es damals war. Aber in der zweiten Stand war es 35. Dann sollte es hier auch 35 sein. Ich denke halt so... Was? Okay, mein Kiel war jetzt nicht mehr eingreifen. Ich denke, mein Kiel war jetzt nicht mehr eingreifen. Ich denke, mein Kiel war jetzt nicht mehr eingreifen. Du, Ballern. Oh, wow. Oh, oh. Das... Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, das wird weh tun. Das wird doch richtig weh tun. Hmmmm. Oh, wow. Oh, ah, oh. Hmmmm, Ratzhwarz. Oh, okay. Was ist das Banky? Ein kleines Ratzfwarz könnte Banky schaffen. Was sollte? Jetzt könnte über Hyperzahn Volldraffer kommen. Und einflaschen nach Hyperzahn. Und dann ein Rupenschlag. Volldraffer 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 Hmmmm, nice. Überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du. Oh, wie schön. Das war kein Falterer, oder? Wenn wir noch nicht zu einem Famankey Das kann nicht funktionieren Ja, das kann nicht funktionieren Ich habe zu wenig Supertränke für diesen blöden Bungeen Dieses blöde Haus Du ein Scheiß Ärgerlich Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge im Rocket House weiter Danke fürs Zusehen Ich hoffe, das mit dem Sound hat wirklich gut funktioniert und euch nicht allzu sehr abgefuckt Ansonsten Schreibt mir die Kommentare dann endlich wieder Oder ich werde es so lassen Aber halt den Soundausgleich irgendwie Keine Ahnung, wir machen das schon Ihr schreibt wenn es stört und dann passt es Bis dahin, tschüss Dlpdlp 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 Dlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdlpdl